Das ist eine sehr häufig gestellte Frage von Patienten. Ich würde auf sportliche Aktivitäten nach einer Botox-Behandlung für ungefähr drei Tage verzichten. Das liegt daran, dass man, wenn man Intensivsport betreibt, es zu Schwellungen im Gesichtsbereich kommt, man hat einen hochroten Kopf und so weiter, dies führt, dass das Wasser, was die Schwellung verursacht, dann die Botox-Moleküle in Areale bringt, für die es gar nicht vorgesehen ist. Und das kann dann zu schlechteren Ergebnissen führen.